haha ich habe es geschafft wir haben die musik ich habe das programm einfach gestartet bevor ich doch vor das geschaltet habe nicht andersrum und die musik passt gleich richtig gut ja also die goblins laufen jetzt hoffentlich alle weiter da rein wo ist der zweite trupp hin genau und da ist er wollte schon sagen hier hatten wir doch am ende der letzten folgen trupp kommen sehen jetzt schubst ihr die alle nacheinander da rein und der troll geht euch in die kehle weil er in einem raum eingesperrt wurde voller todes fallen und stinkende miasma das wäre richtig schön aber ich glaube sowas kann nicht passieren der steht lieber in der mitte macht gar nichts ich weiß auch gar nicht ob die fallen ja noch gespannt sind das kann man wie im ganzen blut nicht richtig erkennen also normalerweise sind sehr grün und dunkelgrün und jetzt sind sie so rötlich braun das klappt richtig gut mit den fallen es sind aber doch bedrohlich viele und da zwischen euch dieses flipding kommen dass dieser grüne querstrich heißt es sind doppelt so viele auf dem feld sehr schön und die siege ist vorbei damit haben wir jetzt eigentlich gewonnen und alle müssten sich zurück das passt jetzt nicht so wirklich außer das soll freuden musik sein aber ja eigentlich müssten sich jetzt alle zurückziehen weil die siege vorbei ist und nicht weiter die treppe hochlaufen das finde ich jetzt nicht so toll wo wo es schiff a schiff b schiff c lauf doch mal hierhin jungs nur so für den fall dass die letzten vier fallen auch noch was sagen also nicht versagen dass sie ausgelöst werden was mit dir du bist ein hauler hauler ist also nicht wirklich wichtig store item stockpile was willst du im stockpile store ach so die käfige wahrscheinlich okay db f alles hier und alles hier da müssen wir uns später kümmern also das ganze end verbieten schrägstrich claim so jetzt lauf bitte zurück genau sehr schön so du kiffig falle du kiffig falle du kiffig falle zwei goblins kommen durch zwei goblins ist vollkommen okay da sind wir noch eine todesfalle zack und da wird getackert und das lisch ist mit holz bolzen ernsthaft oder inventory zeigt mir einen köcher also crossbow haben sie sie haben lederhosen an sie haben sogar zwei lederhosen an das ist schön das sind keine holz bolzen sondern knochen bolzen was auch nicht wirklich toll sind diese zum trainieren da was mit dir du bist der obermufti von den crossbow leuten du hast dieses kupfer bolzen ach klar sieht ähnlich aus wie holz also kupferfarben so ein dunkleres kupferfarben ist ja schon fast holzfarben na gut dann würde ich nichts gesagt haben klappt das hier wieder ein und hofft mal dass die möglichst schnell den da weggetackert bekommen ähm ja das dürfte nicht so wirklich ein problem sein weil hier sind halt mehrere waffen fallen verbaut und die hacken den einen körperteil nach dem anderen ab oder an starke schmerzen außer atem ja der ist gleich weg so der da wird in das ding reinlaufen und entweder tot sein oder genauso verstückelt aussehen wie der hier bleiben noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf elf goblins und ein troll der aber anständig in die andere richtung läuft ja wenn das kein härtetest für uns im niets ist dann weiß ich auch nicht auch wenn ich immer noch nicht verstehe warum die leute hier in unser fort reinlaufen und nicht rauslaufen weil so viele leute gestorben sind oder gefangen genommen wurden von denen halt ich sollte auch noch mal dbf machen die käfig hier verbieten sonst kommt gleich wieder einer eingelaufen blau aufräumen genau so wie die sache hier ist da einer hochgelaufen ja da ist ein goblin durchgebrochen aber ich hoffe mal dass einer von den kämpfern die auf dem weg sind den abfangen ja kommen alle gerade runtergelaufen sehr schön wo ist er da ist er ich hätte mal verfolgen drücken sollen da ist er following er prügelt sich mit dem crossbow kämpfer den crossbow als waffe benutzt und ist tot so muss das sein so läuft das gut auch wenn die kämpfer sich jetzt allein auf der haupttreppe austragen was nicht wirklich schön ist ich hätte das echt lieber gerne hier unten gehabt oh die teilen sich alle zu sehr auf und jetzt kommen da noch drei werden bestimmt leute verlieren also definitiv welche aus dem kampf trupp selber aber auch ein zwei zivilisten bisher ist aber nichts ok gucken wir hier unten hm sieht soweit gut aus einer von euch wunden goblin hat wunden goblin hat wunden hyperlink hat keine wunden angeschlagen das ist ein goblin der darf nicht sterben ja das sieht richtig gut aus also unsere jungs haben fast das sieht richtig gut aus kopfschuss das muss ein kopfschuss gewesen sein er hat keine wunden gehabt banyen kämpft cockty kämpft ne ich will gucken wo das mit dem hyperlink ist hyperlink da ja läuft alles super läuft alles super läuft alles super der fliegende kupfer bolzen trifft hyperlink in den kopf also war es wirklich ein kopfschuss durchtrennt den muskel durchbricht den schädel zerreißt das gehirn durch die schimpansen lederhaube irgendwas in seinem schädel wurde gerissen er war ohnmächtig und ist gestorben gut unser erster verlust ist aber vertretbar oh ein hammerzwerg ist durchgedreht und ein hammerzwerg jagen zurück durch den gang was nicht so gut ist denn da kommen zwei andere entgegen die er vollkommen ignoriert und weiter dem anderen kommt dann hinterher läuft ja nö so war das nicht geplant sind da unten noch mehr oder läuft jetzt wirklich oh das noch der troll ja koppeln haut ab zweck hinterher troll steht dumm rum hoffentlich nö jetzt auf den trollern und wird tot gehauen und gestänkert wunden troll keine hier sieht man noch einen koppeln koppeln keine wunden und unserer ist in extremen schmerzen weil der rechter fuß fast abgehakt wurde und gleich ist der auch tot ja das kommt davon wenn man so ein ausgeprägtes temperament hat und einfach so an anderen goblins vorbei einem anderen goblin hinterher läuft Tunnelblick nennt sie glaube ich sowas nicht schön nicht schön so oder Zivilisten laufen hier rum ist auch nicht toll und eigentlich müssten sich alle Militionäre hier sammeln Schiff A, Schiff B, Schiff C Befehl aufheben warum sind da noch 3 in dem Trupp ähm und neuer Move Befehl wieder ich geh hin so dann müssten die eigentlich wirklich hierher kommen und hier den einen Goblin wenigstens noch umbringen oh die 2-3 Goblins oh 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 du siehst nicht gut aus oberkörper oberrechter Arm starke Schmerzen die Bolzenschießer sind richtig heftig also auch der Kopfschuss der Hyperlink umgebracht hat und jetzt eher hier ein Schuss und gleich extreme Schmerzen was für Rüstung hast du angehabt oben du hattest Stahlschuhe Stahlhelm Stahlbrustplatte also ja ich weiß Armbrüste sind dafür ausgelegt durch Brustpanzer durchzuschießen aber trotzdem sollte es nicht so einfach sein vor allem Kupferbolzen Kupfer durch Stahl das klappt nicht wirklich oder? also ja mit dem Laufwuch geklappt alles aber so nächster Goblin weiß noch nicht ob er fliehen soll doch jetzt hat sich wohl entschieden und haut ab ok warum läuft der Zivilist da jetzt hin? du hauler hauler du willst wieder irgendwo was aufheben was du nicht da hast äh dbf wahrscheinlich die Leiche von unserem Zwerg auch wenn ich noch keine Todesnachricht bekommen habe so oh er läuft weiter genau zum Goblin dbf ist hier noch irgendwo irgendwas nicht wirklich äh äh ich werde vielleicht irgendwas von vor der Tür abholen und wieder unten rum das wäre nicht so schön ah warum wir haben einen Bunker Befehl verteilt m a ja Inside Befehl ist immer noch aktiv äh Moment mal Civilian Alert inaktiv wie jetzt das ist doch das A hinter Restrict Civilians to Barrel habe ich gemacht hm ok ok Goblin flieht und er macht sich sauber am Brunnen klar warum nicht haben wir Prioritäten und so Körperhygiene ist ganz weit oben bei uns Zwergen sieht man an dem zweiten der auch an dem Goblin vorbeigelaufen ist um sich die Hände zu waschen bist du wenigstens am Verbluten du bist ohnmächtig ok das ist dann ok könnt ihr wenigstens am Vorbeilaufen mal auf ihn rauftreten wenn er schon ohnmächtig ist nö hier steht er auf war klar war klar äh abc Befehl aufheben töten den da so geht schnell hin bevor er irgendwelche Zivilisten umbringt ähm haben wir jetzt nur ein von uns Zier oder das und zweiter der kriecht ja auch schon fast davon hier hinten ne naaa könnte überleben aber ich denke mal wir trotzdem fliehen wollen wir sollten lieber erstmal gucken wo eine andere hin ist hier war nämlich gerade noch ein was ist alles für grünes Zeug Kotze warum kotzt jemand unser Steinlager da ist irgendwas totes äh ich glaub der Goppen da gerade durchgeruscht ist es totgeschlagen worden von den ganzen ne da ist er ziemlich angeschlagen verfolgen zack tot also wirklich viele Todesnachrichten sehe ich nicht ich sehe nur eine von Hyperlink ich verstehe zwar nicht ganz warum da eine Truppe jetzt nur drei Leute hat deswegen aber wenn es wirklich so ist wie die Anzeige hier sagt dann ist das richtig gut gelaufen wir haben einen Zwerg verloren der eh ganz schön leichtsinnig war und dafür haben wir eine ganze Invasion Streitmacht aufgehalten also jetzt in dieser Folge diese Mini Invasion hier durch die Gänge na gut lass mal weiterlaufen bringen wir den Koppel da hinten um hat er gemacht das heißt Einheitenliste Stopp Z Ne gar nicht Uh Andere Wir haben noch ein Troll als Invader und noch ein Troll als Invader Gut Alle Goblins sind anscheinend tot oder geflohen Sehr schön Wo bist denn du? Du bist immer noch hier unten vor der Tür Okay Und wo ist dein Kumpel? Äh Da U Ö C Du bist auch da? Wir sind Zwei Trolle Hä Ein Gipzo Ein Gipzo Oh Wir haben zweimal ein Gipzo Zufall Oder Bug Okay Okay Bringen wir den einen einfach mal um und der andere dann auch weg ist Und ich kann echt nicht sehen, ob der jetzt noch Hä? Pause Da ist er S Shift A Shift B Shift C O K Das sind wirklich zwei 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 die ganz zufällig auf demselben Feld stehen und ganz zufällig in genau gleiche Richtung laufen und genau dasselbe tun Das kann doch nicht stimmen Aber gut Töte den Gipzos So Escape Die verfolgen wir mal So Following Gipzo Und der steht einfach nur oder die stehen einfach nur hier im Gang jetzt Vielleicht zerstören sie wieder irgendwas Was wäre ganz schön sinnfrei wenn sie die Treppe unter sich zerstören würden Hm Na gut Machen wir jetzt einen kleinen Cut und gucken nächste Folge was die Gipzo Brüder da so anstellen Also bis Oh ein Tantrum Das ist nicht schön Das werden wir uns dann auch gleich angucken müssen Also bis gleich